Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Heute wieder ein Update zur AMC und zur Ape-Aktie. Der Tag rückt immer näher, der 29.30.06. nächste Woche Donnerstag, Freitag. Da wird die Anhörung vor Gericht sein bezüglich der Umwandlung Ape in AMC, dem Reverse-Split und dem Vergleich. Ja, da wird man mehr erfahren, wie es dann weitergeht, ob kurstechnisch bis dahin noch was passiert. Keine Ahnung, also ich rechne mal mit nichts eigentlich. Die werden sich jetzt mehr oder weniger annähern wahrscheinlich und die Aktien AMC runter, ein bisschen hoch und irgendwo vielleicht, keine Ahnung, bei 3 Dollar oder sowas, 3 Dollar 50, 3 Dollar 30 könnten sie sich dann angenähert haben. Eventuell werden wir natürlich sehen, wo es dann noch hingeht, ob da noch vorher noch was größerer Schub nach oben passiert. Wie gesagt, ich rechne jetzt erstmal mit nichts, dann bin ich auch nicht enttäuscht, wenn dann tatsächlich auch nichts passiert. Bin aber trotzdem gespannt, wie die Anhörung sein wird am Donnerstag, Freitag und ob das durchgeht, dieser Reverse-Split und die Zusammenlegung sowie der Vergleich. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache und die erwartet uns nächste Woche und noch eine spannende nächste Woche, bis dahin auf jeden Fall. Was aufgefallen ist, gestern extrem hohes Short-Volumen gestern, also das war wirklich der Hammer eigentlich. Hier bei Stonko Tracker habe ich gesehen, der Short-Volumen ist 76,1%. Das heißt, gestern bei der AMC, ja, 3 Viertel des Volumens war Short. Ist natürlich eine extrem hohe Menge, die hier Short waren. Und das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass da gestern dieser Bericht rauskam und dort der Richter quasi, ja, sagen wir mal, gesagt bekommen hat, er soll dem Vergleich zustimmen. Und das war natürlich dann so eine Sache, dass natürlich jeder spekuliert hat oder viele spekuliert haben, natürlich auf die Ape und nicht auf die AMC. Und dann sind natürlich die Short-Seller dann nochmal auf die AMC gegangen und haben dann nochmal weiter runtergeprügelt. Das heißt, die suchen natürlich dann den Grund, wo die Aktie so runtergeht und dann wird halt nochmal richtig draufgehauen und richtig draufgeprügelt. Und das führt natürlich dazu, dass der Kurs dann überproportional natürlich nach unten geht. Ich finde, dafür hat sich die AMC noch recht gut gehalten, muss man sagen. Also wir sind noch immer über 4 Dollar, 4 Dollar 0,2. Handelsvolumen auch wieder unterdurchschnittlich, aber dafür Handelsvolumen außerbörslich und am Dark Pool sehr, sehr hoch, überdurchschnittlich. Und auf der New York Stock Exchange noch mit 6 Prozent, normalerweise mindestens bei 12,75 Prozent und jetzt bei 6,85 Prozent. Also das heißt also, an der normalen, regulären Börse wird kaum mehr was gehandelt. Eigentlich nur noch außerbörslich und Dark Pool. Das heißt, da ist der Manipulation aus dem Hof geöffnet. Bei der Epe ist es ähnlich, wie ihr hier seht. Da haben wir auch außerbörslich überdurchschnittlich, New York Stock Exchange unterdurchschnittlich und Dark Pools auch überdurchschnittlich. Also hier ist ein Bild, wo man halt sieht, dass hier manipuliert gedrückt wird und eine Intransparenz geschaffen wird beim Aktienkurs. Wissen wir natürlich schon vor langer Zeit und die ganze Zeit schon. Aber hier fällt es jetzt auf, dass natürlich dieses außerbörsliche und Dark Pool Volumen extremer angestiegen ist. Wir beobachten das ja immer jedes Mal, jeden Tag eigentlich mehr oder weniger und sehen, dass heute, beziehungsweise das war ja das jetzt heute, 23.06., heute dieses Dark Pool Volumen und außerbörslich extrem hoch ist und gestern dieses Short Volumen auch extrem hoch war. Wie es heute sein wird, wird wir am Morgen sehen, beziehungsweise am Montag. Jetzt wird ja im Nachhinein gezeigt, wie das Short Volumen ist. Wie gesagt, gestern bei 76,1%. Hier noch eine Meldung von JP Morgan. JP Morgan wird von der SEC mit einer Geldstrafe belegt, nachdem versehentlich 47 Millionen E-Mails gelöscht wurden. Das heißt, JP Morgan Chase hat 47 Millionen E-Mails gelöscht. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach so, ja. Einfach so Beweismittel für alles Mögliche. Einfach weggelöscht, ja, die E-Mails und werden jetzt mit einer Strafe von 4 Millionen irgendwie belegt, 4 Millionen US-Dollar, was natürlich ein Witz ist, muss man wirklich sagen. Ja, ist natürlich gar nichts. Ja, wer weiß, was in diesen 47 Millionen E-Mails für belastendes Material gegenüber JP Morgan gestanden hat und was hätte auch ans Licht kommen können. Und stattdessen kriegen sie halt eine Strafe von 4 Millionen, was für die natürlich ein Peanuts ist, so ungefähr wie für unser einen wahrscheinlich, keine Ahnung, 4 Cent oder sowas. Ja, also so nichts eigentlich, ja. Das ist im Endeffekt, ja, da muss man wirklich sagen, man wird hier noch, die werden quasi noch belohnt dafür, dass sie diese 47 Millionen E-Mails gelöscht haben, weil sie wahrscheinlich durch diese Löschung von diesen 47 Millionen E-Mails, ja, mit Sicherheit mehr eingespart haben, als diese 4 Millionen, die da Strafe bezahlt haben. Gut, ja, es hört gar nicht auf, eigentlich im Prinzip schlimm zu sein hier am Finanzmarkt und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr, ja, desto desillusionierter ist man eigentlich im Endeffekt. Aber das, ja, das ist jetzt, sagen wir mal, mittlerweile ja, ist man ja fast da schon abgehärtet, beziehungsweise man weiß eigentlich schon, ja, schlimmer geht's immer noch, aber man ist halt nicht mehr so ganz überrascht, ja, über solche Dinge hier wie hier zum Beispiel. Wobei 47 Millionen E-Mails natürlich schon der Hammer ist, dass sie einfach mal so gelöscht werden. Aber gut. Wir schauen jetzt gerade nochmal auf die Reddit-Zahlen, schauen nochmal bei Twitter, da gibt's nichts Neues, glaube ich, bei Adam Aaron, da gehen wir gerade nochmal kurz mal bei ihm in seinen Account, schauen nochmal, hat er sich ablichten lassen mit Tom Cruise. Ja, also jetzt nicht irgendwas, was er jetzt da vom Besten lässt in irgendeiner Hinsicht, also mehr oder weniger über die Filme nur. Und also da nichts Neues bei Adam Aaron bei Twitter. Dann schauen wir uns nochmal die Ortex-Zahlen an und sind hier mit einem Short-Interest, beziehungsweise einen Short-Score von 94,24 bei der AMC und haben einen Short-Interest von fast 24% und fast 200 Millionen Aktien sind geliehen. Utilization von 100. Cost of Borrow haben wir auch wieder recht hohe, über 347%. Die durchschnittlichen, was natürlich auch schon als sehr, sehr positiv zu werten ist, weil es teuer wird für die Edge-Fonds, für die Short-Seller. Bei der Ape haben wir ein Short-Interest von 4,85% und knapp 14 Millionen Aktien sind geliehen und die Utilization von 37. Cost of Borrow recht niedrig im einstelligen Bereich, also nicht erwähnenswert. Gut, wir schauen gerade jetzt nochmal auf den Schlusskurs. Wir sind jetzt schon nach 10 Uhr und der Schlusskurs ist 4,02$. Das heißt, die 4$ haben gehalten. Schon nochmal ein positiver Aspekt im Prinzip, worüber man sich schon freut, ist schon der Hammer eigentlich. Aber man weiß ja, was in letzter Zeit abgelaufen ist und von daher freut man sich dann schon über solche Sachen, dass man sagt, die AMC bei über 4$. Ja, eigentlich ein Kurs, wo man sagen kann, ja, ein absolutes Schnäppchenkurs würde ich jetzt erstmal sagen, aber natürlich keine Handlungsentwicklung von mir. Aber 4$ ist natürlich schon der Hammer eigentlich, weil ich denke auf jeden Fall, dass AMC um ein vielfaches mehr wert ist, als diese 4$ jetzt hier darstellen. Aber wir wissen ja, woher es kommt und wie diese 4$ zustande kommen und wie diese Aktie, sagen wir mal, manipuliert ist. Und das wird dann auch weiterhin so sein, gehe ich mal von aus. Und ich bin gespannt, nach der Zusammenlegung bzw. dem Reverse-Split und dem Vergleich, wie es dann weitergeht, ob Adam Aaron dann gleich Aktien auf den Markt gibt und verwässert oder ob er noch so ein bisschen wartet und dann bleibt es natürlich weiterhin spannend. Gut, das war es jetzt von meiner Seite aus zur AMC und zur Ape-Aktie. Würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr Kanal abonnieren würdet und die Glocke in der Leute, da bildet ihr was von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährung. Ansonsten lasst euch gut gehen, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder. Tschüss!